Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man beim Doppelstabmattenzaun die Sichtschutzmontage durchführen und somit auch den Sichtschutzstreifen ganz einfach mit solchen Clips hier einflechten kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte bei mir gleich so eine Sichtschutzfolie mal in den Zaun einfädeln und ich kann dir auf jeden Fall den Tipp geben, dass du bitte hier nicht sparen solltest. Das bedeutet, das Ganze sollte relativ hochwertig, relativ dick sein, da du solche dünnen Folien auf gar keinen Fall irgendwie am Ende in deinem Zaun glatt bekommst und das Ganze auch relativ schnell in der Sonne ausbleichen kann. Bevor wir beginnen, sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken über unser Verlegemuster machen. Hier gibt es im Internet auch verschiedenste Möglichkeiten und wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir immer zwei solche Stäbe vorne lassen, danach vier Stäbe hinter der Folie versteckt und dann wieder zwei Stäbe vorne. Das Ganze haben wir in den Reihen dann übrigens immer versetzt so weiter geführt. Außerdem haben wir bei unserem Zaunmodell solche Abdeckleisten und da gibt es entweder die Möglichkeit, dass wir die Folie hinter den Abdeckleisten durchführen. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir das Ganze einfach vorne drüber geben. Wenn du übrigens keine Abdeckleisten besitzt, dann kannst du die Folie auch ohne Probleme vorne drüber fädeln, dann sieht man halt die Schraubenköpfe ganz leicht durch, doch das, finde ich, stört jetzt auch nicht wirklich. Bei Innenecken haben wir unseren Pfosten auch mit der Folie ganz einfach versteckt und bei der Außenecke sind wir ähnlich vorgegangen. Bei größeren Flächen empfehle ich dir auf jeden Fall so eine Abrollhilfe. Die können wir nämlich ganz einfach in unseren Zaun hier einhängen, danach die Sichtschutzfolie auch schon drauf geben und dann am besten zwei Personen. Bedeutet, eine Person kann hier vorne das Ganze auch schon einfädeln und die zweite Person steht dann nämlich bei der Abrollhilfe und schaut natürlich, dass die Folie immer ausreichend hinterhergezogen wird und das hier auch nicht irgendwie etwas zerknicken kann. Bevor wir jetzt aber wild anfangen, sollten wir auf jeden Fall nochmal die Stäbe dementsprechend nachzählen. Nicht, dass wir dann am Ende hier hinten nicht mehr wirklich richtig rauskommen. Und dann können wir auch schon mit den ersten zwei Stäben beginnen, das Ganze einzufädeln, dann je nach Muster natürlich dementsprechend weiterziehen und so können wir jetzt einfach einmal weitergehen. Du wirst sehen, dass bei langen Strecken irgendwann der Widerstand hier im Zaun so groß wird, dass du einfach nicht mehr nachziehen kannst. Dann sollten wir am besten mal hier vorne hingehen, das Ganze etwas weiter abrollen. Wie gesagt, hier schadet eine zweite Person nicht, die einfach schaut, dass hier nichts umknicken kann und dementsprechend gehen wir dann nämlich immer wieder ein Stück weiter und können jetzt schauen, dass wir das Ganze hier einfach etwas weiterziehen. Am Ende angekommen wird die Folie mit solchen Clips befestigt. Zur besseren Veranschraubung zeige ich das Ganze mal hier in der Mitte. Da zieht man also etwas über das Endstück drüber, geht auf die andere Seite rüber und dann haben wir bei unseren Clips normalerweise nämlich eine Seite, die hier oben so leicht angeschrägt ist. Und da kann ich jetzt nämlich relativ gut beginnen, das Ganze in meinen Doppelstabmattenzaun reinzudrücken. Und wenn dann einmal das obere Teil eingeschnappt ist, dann können wir dementsprechend den Clips auch nach unten schon weiter reindrücken. Die eine Seite ist also fertig bzw. fest und jetzt können wir mal das Ganze hier noch wieder leicht abrollen. Danach natürlich auch unsere Abrollhilfe ganz einfach entfernen und mal dementsprechend noch so viel abschneiden, wie wir ihn ungefähr auch für das andere Reststück benötigen. Natürlich lieber etwas zu lang lassen als zu kurz. Danach kann ich den Sichtschutz auch mal unserem Muster entsprechend wieder weiter einfädeln. Und bevor ich jetzt am Ende hier den Clips drauf mache und das Ganze noch relativ locker sitze, sollten wir auf jeden Fall bei kurzen Strecken mal hier am Ende ordentlich anziehen. Da kann am besten wieder eine zweite Person noch mit herhalten und wir schauen mal, dass wir das Ganze auf unsere Rückseite umstülpen und trotzdem auf Spannung bleiben. Bei längeren Strecken und vor allem, wenn es auch mal um eine Ecke geht, würde ich zwischenzeitlich trotzdem mal nachziehen. Hierfür einfach die Folie etwas an einer Stelle lockern und dann können wir hier nämlich auch mal den Teil da hinten jetzt ordentlich straff ziehen. Jetzt wie gesagt auf der Rückseite mal die Folie ordentlich auf Spannung halten und dann mal unseren Clips dementsprechend an das Ende hier eindrücken. Auf der Rückseite haben wir jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir das Ganze entweder mal so im 90 Grad Winkel wegstehen lassen und dann hier relativ bündig bei den Clips abschneiden. Oder aber wir können es auch einfach etwas länger lassen und zum Beispiel bei einem anderen Stab hier hinten durchziehen und durch die gestrafte Folie hält das normalerweise auch relativ gut. Und genau so können wir jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Reihen einmal versetzt durchgehen. Und ich kann dir nur den Tipp geben, dass du wirklich regelmäßig auch schaust, ob du dein Muster eingehalten hast. Denn da macht man auch relativ schnell mal Fehler. Wenn du dir solche Sichtschutzstreifen in den verschiedensten Farben bzw. Mustern zulegen möchtest oder natürlich auch so eine Abrollhilfe hier, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.